Was sind die verschiedenen Methoden des Cortisol-Tests? Cortisol ist ein Hormon, das von den Nebennieren produziert wird. Diese Drüsen befinden sich direkt über jeder Nier und sind für die Blutdruckregulierung und die Reaktion des Körpers auf Stress verantwortlich. Die Nebennieren sind auch für die sexuelle Entwicklung sowie die reproduktive Gesundheit verantwortlich. Bei einem Cortisol-Ungleichgewicht kann eine dieser Funktionen negativ beeinflusst werden. Cortisol-Tests sind ein relativ einfacher Weg, um festzustellen, ob ein Ungleichgewicht in Bezug auf dieses Hormon besteht, und es kann mit Blut-, Urin- oder Speicheltestverfahren durchgeführt werden. Cortisol-Tests werden am häufigsten mit einem Bluttest durchgeführt. Es ist üblich, diesen Test zweimal an einem Tag durchzuführen, wobei morgens und nachmittags eine Blutprobe entnommen wird. Der Cortisol-Spiegel schwankt im Tagesverlauf natürlich. Daher kann der Arzt anhand dieser beiden Blutproben feststellen, ob der Hormon-Spiegel in angemessener Weise schwankt. Die Durchführung von Cortisol-Tests unter Verwendung des Speichels ist bei vielen Patienten zu einer populären Wahl geworden. Bei diesem Verfahren muss der Patient lediglich in ein Reagenzglas spucken. Statt zweimal täglich wie bei der Blutuntersuchung müssen Cortisol-Spiegel viermal im Laufe eines Tages gemessen werden, wenn der Speichel getestet wird. Der Patient führt diesen Test in der Regel zu Hause durch und sendet die Reagenzgläser zur Analyse an das Labor. Die Verwendung von Urin als eine Form der Cortisol-Untersuchung ist eine weitere mögliche Methode. Für diesen Test ist eine 24-Stunden-Urin-Probe erforderlich. Der Patient erhält einen Behälter zum Mitnehmen und zum Sammeln des Urins. Der Behälter wird im Allgemeinen während der Sammelzeit im Kühlschrank aufbewahrt. Nach Ablauf der 24 Stunden bringt der Patient den Behälter zum Testen an einen vorher festgelegten Ort zurück. Es ist wichtig, dass Sie den Arzt darüber informieren, welche Medikamente eingenommen werden, bevor Sie einen Cortisol-Test durchführen, da einige Medikamente ungenaue Ergebnisse verursachen können. Die Patienten werden häufig gebeten, vor dem Cortisol-Test einen ganzen Tag lang keine anstrengenden Übungen zu machen. Wenn Sie sich kurz vor dem Test hinlegen und ausruhen, werden die Testergebnisse häufig auch genauer. Es gibt eine gewisse Kontroverse über die Wirksamkeit von Speichel- oder Urinkortisol-Tests im Vergleich zu Blutuntersuchungsmethoden. Daher ziehen es viele Ärzte vor, die traditionellen Blutuntersuchungen zu verwenden, anstatt ein Verfahren zu verwenden, das für den Patienten bequemer ist.